Und damit herzlich willkommen zurück bei der F1 Bros League Season 11. Das Rennen Nummer 3. Es geht weiter in der Saison der F1 Bros hier in der Türkei. Wir fahren heute in Istanbul. Wir sind ganz schön hyped auf den dritten Saisonlauf. Und wir schauen uns natürlich direkt mal die Strecke an, wo hier gefahren wird. Istanbul Park Circuit heißt sie. Hier in Istanbul eine Strecke, die ist sehr, sehr beliebt. Die ist super zu fahren. Die Fahrer haben richtig Bock. 5,3 Kilometer lang. 38 Runden werden gefahren. Über 14 Kurven. Zwei der S-Zonen gibt es. Die spielen heute wahrscheinlich aber eine nicht so große Rolle. Weil, Achtung, Umschwung. Wir sehen uns, es regnet. Es ist also nass. Das heißt, die Einbildung, die jetzt kommt, auch nicht so relevant für den Moment. Wir fahren auf dem C2, C3 und C4. Also eine mittlere Reifenhärte an diesem Rennwochenende. Allerdings, wie gesagt, ist es nass. Dementsprechend spielt das für den Moment erstmal keine Rolle. Wahrscheinlich werden alle auf dem Intermediate starten. Apropos starten. Was eine Überleitung. Wir schauen uns an. Wer denn wo startet? Das Starting Grid. Ganz hinten Tobias Thiele im Red Bull. Davor Christian Beckmann im Audi. Frank Terroheizer nur von der 16 heute. Davor steht Marlon Bene im Ferrari. Dann haben wir Tim Hauk im Mercedes und Dominik Hainz vor Batnik von der 13. Lukas Bolle hat sich auf der 12 qualifiziert. Startet aber aus der Pitlane. Das hat technische Gründe. Kenny Gomez dann von der 11. Dann Top 10. Florian Paul im McLaren. Davor steht Jo Maso Heller. Dann der Teamkollege Oliver Bolvron von der 8. Markus Gerson von der 7. Noah Bergmann von der 6. Davor super Quali. Julian Gerlach von der 5. André Heiler noch besser von der 4. Davor steht Sascha Sparky. Dann in der ersten Reihe Janiklas Weiter, der aktuelle Weltmeister. Und davor der, der eben den Weltmeistertitel klauen will. Julian Klaffenberg. Gut, los geht's in die Formation Lab, meine Damen und Herren, hier in Istanbul. Und wenn ich sage, Julian Klaffenberg ist der, der Janiklas Weiter den WM-Titel klauen möchte, dann muss ich dazu sagen, der ist ja sehr, 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 sehr gut dabei im Moment. Denn der führt die WM an, der Julian Klaffenberg. Mit 50 Punkten zu 30. Florian Paul auf der 2. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hm, Janiklas Weiter, der aktuelle Weltmeister, ist der dann vielleicht wenigstens auf der 3 oder auf der 4 oder auf der 5? Ne, da müssen wir ganz schön weit runter scrollen. Der ist nämlich in der WM nur auf der 10. Jetzt fragt ihr euch, ja, wie kommt denn das? Naja, also Hockenheim nicht mitgefahren. Und Spanien, da hat er ein bisschen einen Schmalen gebaut in der Boxeneinfahrt. Also wer das nicht gesehen hat, da unbedingt reinschauen. Das war ein Rennen sondergleichen, würde ich sagen. Bitter ist es für den Kollegen weiter. Denn im Moment macht er hier gar keinen Druck auf die WM. Und der Klaffenberg, der kann da davonfahren. Hat im Grunde bis jetzt fast alle Punkte geholt, die es zu holen gibt. Nur die schnellste Runde hat er liegen lassen. Ansonsten sieht es da super aus. Nicht so super sieht es auf der Strecke aus. Ich bin heute wieder, also die Überleitungen, die flown aus mir raus. Das ist der Wahnsinn. Auf der Strecke ist es nämlich nass. Das ist schwierig. Das bedeutet jetzt erstmal für uns, dass wir uns jetzt gar keine Gedanken machen müssen über strategische Möglichkeiten, sondern erstmal nur schauen können. Alle fahren auf dem Intermediate, wie wir sehen, links in der Grafik. Das wird Budde sicherlich auch tun, der aus der Box startet. Wenn er dann startet, wenn er das Auto zusammenkriegt, wenn er es gestartet kriegt. Ich glaube, die Mechaniker sind dann noch am Arbeiten. Müssen wir gleich mal schauen, ob der dann tatsächlich losfährt oder eben nicht. Abgesehen davon, wie gesagt, alle auf Intermediate. Das bedeutet, niemand muss stoppen. Alle können theoretisch durchfahren. Es gibt auch nur zwei Regenreifen. Einmal den Intermediate, einmal den Full-Wet. In dem Fall, die Fahrer, so wie es aussieht, ist das Intermediate von den Bedingungen. Dementsprechend müssen wir da jetzt nicht schauen, wie viele Stops da wer macht. Der Inter wird aber verschleißen. Also selbst wenn das Rennen so bei den Bedingungen bleibt, und das sagt der Wetterbericht aktuell, gehe ich mal davon aus, dass wir zwei oder drei Staus pro Fahrer sehen werden. Aber wir müssen mal schauen. Also im letzten Renndrittel, da könnte es sein, dass es nochmal ein bisschen klarer wird am Himmel. Vielleicht wird es nochmal trocken. Ob es dann reicht, den Stick aufzuziehen, das müssen wir abwarten. Aber dann, da kommen wir zur Zeit, wenn es soweit ist. Schauen wir uns jetzt den Start an. Eins nach dem anderen. Gut, die Fahrer rollen ein. Tobias Thiele, der Letzte, der da jetzt auf seine Startposition fährt. Und dann warten wir auf die fünf roten Lichter, die gleich angehen. Beziehungsweise hier ist die Ampel mit ein bisschen anderer Konfiguration. Wir sehen es oben. Es sind nur drei, die angehen. Drei rote Lichter. Und das vierte ist dann schon grün. Und los geht's in der Türkei. Der große Preis der Türkei ist freigegeben. Julian Klaffenberg kommt gut weg, kriegt da gar keinen Druck. Jan Niklas weiter, ist da auch vor Sparky. Und André Heiler holt sich da direkt mal den Sparky. Super gemacht. Gerlach ist da in lauer Stellung. Ansonsten, wie gesagt, Klaffenberg dann weiter. Und dahinter dann Heiler und Sparky. Die sind ganz, ganz dicht dran. Heiler und Sparky nebeneinander. Sparky will da reinstechen. Ist da auch noch neben Heiler. Jetzt hat Heiler die Innenbahn. Sparky will sich da aber nicht zufrieden geben. Will da unbedingt den P3. Aber bleibt erstmal dahinter. Also Klaffenberg weiter, Heiler, Sparky, Gerlach. Dann Bergmann, Wolfram, Gerson, Paul und Heiler. Ja, das sind die Top Ten. Alle sauber durchgekommen bis dahin. Und da sehen wir den ersten Angriff von Paul gegen Gerson im Williams Side-by-Side. Und da hinten Terrorheizer, der Teamkollege. Gegen Christian Beckmann müsste das sein. Aber Terrorheizer geht ein bisschen weit. Christian Beckmann mit dem Switchback. Gar keine Probleme. Sollte da wieder vorne dran sein. Aber Terrorheizer sticht da nochmal rein. Beckmann rutscht weit. Beckmann rutscht raus. Beckmann neben der Strecke. Beckmann neben der Strecke. Kann aber weiterfahren. Dann verliert das Auto nicht. Also bis hierhin eine relativ ruhige Startphase für die Bedingungen vor allem. Beckmann fällt also zurück. Nur noch auf der 17. Puh. Einmal atmen. Einmal atmen. Und Paul geht an Bergmann vorbei. Bergmann fällt zurück. Was ist mit Bergmann? Wo ist Bergmann? Wir sehen es leider nicht. Wo ist Bergmann? Bergmann ist zurückgefallen auf die 13. Und Heiler ist an der Investigation für Leaving the Pit Lane at Red Light. Das heißt er ist wahrscheinlich zu spät rausgefahren aus der Box, um sich in das Starting Grid zu stellen. Ja, das bedeutet wahrscheinlich eine hohe Strafe. Wir müssen jetzt abwarten. Wenn sich das bewahrheitet, dann gibt es da auf jeden Fall eine dicke Strafe. Währenddessen ist da auch Paul nochmal ein bisschen nach vorne gekommen. Der ist mittlerweile auf der 7, wenn ich mich nicht irre. Und hier geht es ein bisschen drunter und drüber. Das müsste Gomez sein, der sich da am Williams von Bergmann versucht. Vorbei ist. Beziehungsweise andersrum. Bergmann hat sich an Gomez probiert. Und die sind auch noch so ein bisschen Side by Side. Das ist so wunderbar, wie man da Side by Side hochfahren kann. Jetzt der Luntz von Bergmann. Beziehungsweise der Luntz von Terrorheizer. Der schiebt den Bergmann raus. Aber Bergmann bleibt dahinter. Beziehungsweise genau deshalb bleibt Bergmann dahinter. Da vorne sehen wir einen Ferrari unter Druck. Das ist Bene gegen Haug. Die bleiben aber wie sie sind. Von der Positionierung. Und ich bin wirklich positiv überrascht. Also die Strecke ist schwierig. Das muss man einfach sagen. Gerade diese Kombination. Und vor allem, wenn es nass ist. Und da seil ich es noch. Und da ist er weg, der Ferrari. Marlon Bene. Und dann nimmt er noch einen McLaren mit Terrorheizer. Das gibt es doch nicht. Nein, Gomez war es. Das gibt es doch nicht. Bene schießt Gomez ab. Beide fahren erstmal weiter. Und da sehen wir einen Dreikampf. Und zwar zwischen Diele. Und da dreht sich Bergmann. Das gibt es nicht. Ich wollte die Fahrer gerade loben. Verdammt noch eins. Wir schauen uns den Start an. Oh je, oh je. Also Florian Paul, der ist super weggekommen. Eine super Reaktionszeit. Geht da direkt durch. Das ist da rechts. Minus. Der ist ja gar nicht relevant jetzt. Da kommt auf jeden. Oh, das müsste ein Grafikfehler sein übrigens. Auch der Jomaso Heller müsste auf dem Inter sein. Abgesehen davon. Paul hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Ist da sauber durchgekommen. Hat er da ruhig gemacht. Gut gemacht. Hier sehen wir Gomez. Der ist auch gut weggekommen. Da sehen wir nochmal. Also Paul hat ja echt einen guten Start. Aber dann hier in der Bremszone war er zu vorsichtig. Gomez dafür später auf der Bremse. Hat dann aber hier irgendwie das Auto nicht rumbekommen. Das ist schwierig. Wenn es da so nass ist. Neben der Linie. Aber sauber durchgekommen. Ansonsten sehen wir hier, wie der Beckmann sich probiert. Müsste Beckmann gewesen sein. Boah, das wurde schon richtig, richtig eng. Also ich muss mal sagen, dafür, dass das hier so eng ist, haben die das echt alle gut gemacht in den ersten Runden. Jetzt abgesehen von den neuesten Ereignissen. Hier nochmal Gomez aus der Drivers Cam. Das ist eine schöne Kamera, die wir da kriegen. Da sehen wir auch mal, was auf dem Link gerade so passiert. Ah, und da sehen wir es. Der hat sich verschalten. Der hat wahrscheinlich Huren runterschalten gleichzeitig gedrückt versehentlich und war dann im Neutralen. Und dann muss man ein bisschen warten. Darf nicht zu schnell in den ersten Gang, weil sonst geht einem der Motor hoch. Christian Beckmann, der, ja gut, der hat einfach Untersteuern gehabt. Im Regen wahrscheinlich ein bisschen zu schnell in der Kurve. Kommt jetzt hier zurück. Ja, musste rausfahren. Hat aber Position verloren insofern. Dadurch hat es kein Thema sein. Beckmann übersteuern und dann überkorrigiert. Hat das Auto verloren. Das war auch in der ersten Runde. Das war, warum der so viele Positionen verloren hat, aber nicht eingeschlagen. Insofern, da nochmal Glück gehabt. Und da sehen wir, wie der Ferrari von Bene abfliegt. Wow, und Kenny Gomez. Bitte, kann da eigentlich nichts machen. Also man kann auch argumentieren, ja, war ich nach innen aus. Aber in so einer Situation, das geht so schnell. Also da machst du nichts. Und dann ist Kenny bei Gomez wahrscheinlich auch der Fliege kaputt. Das stimmt gar nicht. Das war eigentlich nicht Bene. Die Abblendung davon falsch. Das war Sparky. Das war Sparky. Der ist gar nicht eingeschlagen. Der hat das Auto verloren. Dann korrigiert. Und Kenny kann nichts machen. Fährt ihm rein. Das ist schon eine Bitterabelle. Oh je, oh je. Und zum mindestens zweiten Mal in dieser Saison Kenny am Anfang des Rennens unverschuldet. Ganz weit hinten. Ist das bitter. Und dann sehen wir wahrscheinlich noch die Aktionen hier. Beckmann. Leben. Oh. Oh, und dann wird weggeschalten. Ja gut, er hat sich dann ein bisschen verhakt mit dem. Mit dem. Und das gibt's nicht. Denn ist schon wieder Sparky. Schon wieder Sparky dreht sich weg. Und hat diesmal den Flügel verloren. Vielleicht hat er den auch schon vorher verloren. Ei, ei, ei. Was macht der denn, Jung? Jetzt kürzt er die Kurve grob ab. Viel zu schnell. Also wenn der da noch einen mitnimmt. Ich krieg zu viel. Na gut, jetzt muss er es in die Box schaffen. Da irgendwie heil einigermaßen. Und dann jetzt vielleicht die Leute auch mal durchlassen. Hier, das ist doch jetzt Quark hier zu kämpfen. Und dann den Flügel reparieren. Bleibt aber davor. Lässt jetzt die Leute nicht durch. Ob das jetzt der smarteste Move ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut, er will es natürlich auch so schnell wie möglich jetzt in die Box schaffen. Und das tut er jetzt hier auch. Uff, uff. Uff. Also er ist der Boxenstopp ganz früh bei Sascha Sparky, weil der sich den Flügel abgefahren hat. Ansonsten sehen wir jetzt hier Frank Terrorheizer. Im Übrigen noch die Ergänzung Lukas Budde ist durchaus losgefahren. Da hatten wir noch die Befürchtung, ob der das wirklich aus der Box schafft. Hat er aber geschafft. Ist also unterwegs im Rennen. Und wir müssen hier nochmal sortieren. Müssen jetzt aber erst nochmal abwarten. Kommt hier vielleicht ein Luns gegen Zerroheizer. Entschuldigung. Äh, völliger Humbug natürlich. Gegen, äh... Gommes. Humbug führt nach wie vor ungefähr eine Sekunde, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, vor Jan Niklas weiter. Also die beiden im Grunde Favoriten auf den Titel. Die fahren hier auf 1 und 2. Das schwankt jetzt immer so ein bisschen vom Abstand, weil die natürlich unterschiedliche Linien fahren. Und, äh... In der Dirty Air und im Regen... Ach, das gibt's nicht. Der nächste Ferrari! Ohne Heckflügel! Marlon Bene! Und ist damit raus und bringt das Auto immerhin noch an den Fire Marshal-Posten. Das heißt, das sollte vielleicht sogar ohne Safety-K klappen. Vielleicht ein kleines VSC. Und ist schon wieder zurück. Aus dem Rennen Marlon Bene. Den haben wir leider schon viel zu oft neben der Strecke gesehen in der Saison. Bei noch so wenigen Rennen. Gut. Damit nur noch 17 Fahrer im Rennen. Und wir sehen Kenny Gomez. Der auf der 13 rumdümpelt. Im Moment. Und hier sehen wir Yomaso Hella. Der sich auf 11 kraft. In Reichweite von Punkten. Befindet. Der echt eine riesen Steigerung hingelegt hat in den letzten Wochen und Monaten. Das freut uns das immer sehr. Schauen wir uns an, was mit Bene passiert ist. Tja. Zaddenlos auf... Intellektiv oder so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall übersteuern. Viel zu aggressiv auf dem Gas. Gedreht, eingeschlagen, Heckflügel ab. Und das war's mit seinem Rennen. Bitter für Ferrari. Für die Leute bisher nämlich... Gar nicht. Gut. Lasst uns mal atmen. Lasst uns vielleicht auch mal einen Schluck trinken. Wir trinken jetzt solidarisch hier. Einen Schluck. Oje. Das gibt's nicht. Weiter. Der pusht alles, was er hat. Der will dann im Klaffenberg vorbei. Unbedingt. Puh. Herzinfarkt. Also, hat er noch abgefangen. Stark gemacht. Und hier sehen wir die beiden... Die beiden Red Bull. Ich bin mal gespannt, ob die... ...nochmal tauschen. Die hatten die eben schon getauscht. Kommt es nämlich jetzt vor Thiele. Thiele, so wie es scheint, versucht da aber nichts. Weiß wahrscheinlich auch, dass Gomez wahrscheinlich der Schnellere ist von beiden. 37,5 bei Gomez im Moment. Dann sind es... ...du... ...ja... ...38... ...Mittel. War aber auch schon der 37,0 dabei, muss man sagen. Also, das ist... ...schwankt nicht so ein bisschen. Aber das hängt natürlich auch mit den Bedingungen zusammen. So. Jetzt machen wir das einmal. Also, einmal Flasche aufmachen. Flasche an den Mund. Einmal ein Stück trinken. Und dann kurz mal atmen. Puh. Okay. Gut. Ansonsten können wir nochmal sortieren in der Zeit, in der hoffentlich... ...dreimal auf Holz geklopft... ...keine wilden Dinge passieren. Also, Klaffenberg führt das Rennen nach wie vor an. Vor weiter. Den haben wir gerade im Bild gesehen. Dann haben wir Heiler auf der 3. Der einen guten Puffer hat. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Der macht das bisher super. Gerlach auf der 4. Auch der macht das bisher unfassbar gut. Also, der hatte auch ein bisschen Pech bisher. Also, wenn er das heute zusammenbringt... ...und das vielleicht sogar auf 4 ins Ziel bringt... ...das wäre super für ihn. Und auch für uns. Wir würden uns freuen. Dann haben wir Bolvron. Den sind wir hier. Der nämlich ganz nah dran ist an Gerlach. Ja. Also, wir haben im Grunde das Battle gerade hier live drauf. Gerlach gegen Bolvron um die P4. Auch Bolvron stark bis hierhin. Dahinter haben wir dann Florian Pauli McLaren. Dann Gerson. Markus Gerson im Williams vor Tim Haug. Dann Terrorheizzer McLaren. Und dann Moor Bergmann im Williams, der die Top 10 komplettiert. Und dann gehen wir uns noch einmal komplett durch. Hella, Frau Gommes, Thiele, Heinz Probatnik, Budde, Sparky und Beckmann mit Rückstand auf der 17. Okay, wir sind in Runde 8. Wir schauen in den Himmel und wir sehen, wenn ich das richtig sehe, dass da doch schon ein bisschen die Sonne durchkommt, nicht? Also, wir sehen auch keine Tropfen mehr. Wenn es jetzt trocken ist, würde das bedeuten, die Fahrer könnten vielleicht noch auf den Slick gehen. Und das könnte nochmal alles durcheinander werfen. Und dann könnten wir nochmal ganz schön wilde Dinge hier sehen. Aber wir warten erstmal ab. Wir schauen mal, was passiert. Wir schauen, was wird. Was wird. Und schauen jetzt erstmal zu hier, wie Gellach gegen Bolvron kämpft. Beziehungsweise erstmal hier wie der Porsche vor dem Red. Bolvron Thiele fährt, beziehungsweise vor Budde, der attackiert wird, innen rein. Thiele, überholt ihn. Divebomb, super gemacht. Superbeholmanöver in Kurve 12. Und damit Thiele auf der 14, Budde auf der 15. Für Budde läuft sie auch noch gar nicht, ist aus der Box gestartet und hat im Moment auch scheinbar nicht die Pace. Und hier sehen wir wieder Gellach gegen Bolvron. Und Platz 4, die sich da dicht folgen. Und da muss man mal sagen, Hut ab. Also da im Regen, im Nassen, da im Spray so hinterherzufahren, so dichter zu bleiben, das ist schon, da gehört schon was dazu. Das ist echt tricky. Aber dahinter bleiben will er natürlich nicht, sondern will da eigentlich schnellstmöglich vorbei. Schauen wir mal, ob das gleich klappt. Wir erinnern uns, wir erinnern uns! Gellach! Gellach dreht sich weg! Das gibt's nicht! Gellach dreht sich weg! Bolvron auf der 4! Paul schlüpft durch! Wo ist Gellach? Wo sehen wir Gellach? Noch gar nirgendwo? Ist er das? Das ist er! Auf der 6! Ist er eingeschlagen! Das Auto sieht heil aus! Hat sich auf der 6 wieder eingeordnet! Immerhin! Immerhin! Aber das kann doch nicht sein! Ist das bitter! Ist das bitter! Damit Bolvron auf der 4, der sagt Danke! Paul sagt Danke! Damit auf der 5! Oh je, oh je! Immerhin gut! Wir schauen auf Terrorheizer und Bergmann. Da geht's um Platz 9. Bergmann mutmaßlich der Schnellere. Der hatte ja den Fehler am Anfang des Rennens und versucht das jetzt wieder wettzumachen. Und das gibt's nicht! Bergmann dreht sich schon wieder fast! Schlägt nicht ein! Verliert viel, viel, viel Zeit. Erstmal keine... Doch, da ist sie die Position. Heller geht durch. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe bei Bolvron. Erstmal schauen wir aber, wie Bergmann jetzt vielleicht hier den Switchback wieder hat. Gegen... Heller. Kann der jetzt den Windschatten nutzen mit ERS? Wahrscheinlich will er das direkt wieder gut machen hier. Gerade will er die Position wiederholen. Und das macht er auch außenrum. Richtung Kurve 12. Und das macht er, geht vorbei wieder. Damit Bergmann wieder auf der 10 immerhin. Hat aber viel Zeit liegen lassen. Und um den Gedanke zu Ende zu bringen, das ist natürlich das, was ich meinte, als da Bolvron hinter Gerlach ganz dicht war. Also das in der Dirty Air, das in dem Spray bei nassen Bedingungen, mit vielleicht nicht mehr ganz frischen Reifen und unklarer Sicht, das ist schwierig. Das ist unfassbar schwierig. Also Grip ist da Mangelware. Und insofern, gut ab, wenn das klappt. Und wenn es aber nicht klappt, so wie hier. Und dann ist es halt schon der zweite Fehler in dem Fall sogar. Das ist bitter und das kostet unfassbar viel. Unfassbar viel Zeit. Und am Ende des Tages wahrscheinlich auch viele, viele Punkte, die da Bergmann liegen lässt. Jetzt kann man nur die Daumen drücken, dass das bis zum Ende des Rennens jetzt durchbringt, dass er keinen Fehler mehr macht. Ui. Budde geht an Pobatnik vorbei. Den wir am Tower, haben wir nicht im Bild gesehen. Und ja, Niklas Walter, der hält sich ungefähr auf 1,3 Sekunden zu klappen wird im Moment. Jetzt muss man mal ein bisschen grübeln. Was ist denn jetzt sinnvoll für Walter? Ich glaube, wenn er nicht wirklich fundamental viel mehr Pace hat, dann kann er hier eigentlich keinen Überholvorgang. Versuchen wir schon auf die höchsten Zeiten. Klappen wird Runde 9, 35, 9. Runde 10, 35, 7. Runde 11, 35, 3. Also der fährt super Zeiten. Weiter 36, 0. 35, 7. Also in Runde 10 waren sie gleich schnell. 11, 35, 4. Da war er einen Ticken langsamer. Ich würde sagen, unterm Strich nehmen die sich nicht viel. Aber es reicht halt nicht, um wirklich ranzufahren und vorbeizufahren. Insofern, wahrscheinlich muss da weiter auch mal was probieren über die Strategie. Vielleicht mal einen Undercut probieren. Und komm, sage ich Strategie. Geht der Erste rein zum planmäßigen Stopp. Oliver Bolvron in der Box. Von Intermediate. Nochmal auf Intermediate. Ich glaube, alles andere ist sinnlos. Und da bin ich mal gespannt. Da schauen wir gleich mal, ob die Zeiten damit besser sind. Wahrscheinlich aber eher nicht. Nämlich im Verhältnis zum Slick so ein Ding. Denn die Inters, die werden meistens erstmal immer schneller. Bevor sie dann erst ihren Drop-Off haben. Bolvron damit aber der Erste, der zum planmäßigen Stopp kommt. Thiele und Heather tun sie gleich in der gleichen Runde. Also bei Alpha Taurita geht man die gleiche Strategie. Und da ist Thiele. Der ist auf Full Red. Oder ist das ein Grafikfehler? Ist Thiele auf Full Red? Wenn die Anzeige stimmt, dann wäre das eine wilde Strategieentscheidung. Das könnte ich mir auch nicht erklären. Vielleicht hat er da der Problem im ersten Stint auf dem Intermediate. Aber ich bin der Meinung, der Full Red ist hier der falsche Reifen. Es ist einfach nicht nass genug. Wir sehen es jetzt hier. Beckmann auf dem Intermediate. Der dürfte gut folgen können auf dem alten Intermediate. Pobatnik an Baki vorbei. Budde. Ich glaube gerade ist Spaki an Budde vorbeigegangen. Und macht jetzt Sack auf Pobatnik. Hier kommt Florian Pau. Vom Intermediate wahrscheinlich nochmal Intermediate. Gerlach und Hauke kommen auch in die Box. Also jetzt geht es hier ab in der Boxengasse. Da gehen sie alle nochmal auf Inter, wie es scheint. Und jetzt müsste er sich weiter mal überlegen, zu stoppen. Wenn er da noch die Chance haben will auf den Undercut. Er verliert auch im Moment Zeit. Jetzt ist der Vorsprung von Klaffenberg nämlich gewachsen. Auf 2,1 Sekunden. Baki gegen Hauch sehen wir hier. Baki in Ferrari heute. Hauke in Mercedes. Uieieieiei. Uiieieiei. Da dachte ich kurz, da verliert er es ausshoch. Also diese kurve Kombination, die ist so brutal. Also Kurve, die wird z ordinary Kurve gezählt. Da gibt es andere Kurven im Rennkalender, da denkt man sich, das ist doch keine Kurve, aber das hier, das ist die Kurve 8, die ganz lange, Linkskurve, und die ist richtig, richtig schwer, die ist schon, also eine Mutkurve, auch im Trocknen, eine Mutkurve im Trocknen, Klaffenböck, der Führende schmeißt die Führung weg, weiter führt, Klaffenböck verliert das Auto, verliert das Auto, aber schlägt nicht ein, Führungswechsel, weiter führt das Rennen an, zum ersten Mal seit langem, führt ihr ein Rennen an? Und Klaffenböck schmeißt hier eventuell den dritten Sieg in Folge weg, Terror hat der Beckmann auch in der Box, Christian Beckmann ganz dicht dran an Thiele, versucht jetzt, das gibt es nicht, du meine Güte, da stand einer, ach du liebe Zeit, ach du, das habe ich noch nicht gesehen. Und Beckmann kann weiterfahren, das gibt es nicht. Und da stand ein Alpha Zauri mitten auf der Geraden, keine Chance für Beckmann das zu sehen. Geht es dem gut, Jomaso Heller ist das. Ach du liebe Zeit, hoffentlich geht es ihm gut. Und da kommt natürlich das Safety Car, das hätte auch eine rote Flagge geben können. Das war schon ganz schön heftig, das Safety Car kommt, alle gehen an die Box, weiter, Klaffenböck, die jetzt doch eng zusammen sind, wahrscheinlich genau deshalb, weil da auch gelb war. Das muss ich verarbeiten, ohleieiei. Bleibt unverändert, weiter bleibt vor Klaffenböck. Also Beckmann will sich ransaugen, will Thiele überholen und dann steht da ein Alpha Zauri mitten auf der Geraden. Und Beckmann fährt den ungebremst rein. Es ist ein Wunder, dass Beckmann weiterfährt. Und ich würde gerne langsam wissen, ob es Heller gut geht. Und was da passiert ist. Und dann ist halt die Frage, hat da Beckmann, hat der da einfach die gelbe Flagge ignoriert vielleicht? War da gelb? War da vielleicht sogar doppelt gelb? Da steht er. Ein Rudel rollt auch ein kleines bisschen, das ist kein gutes Zeichen. Die Regime möchte es auch nicht so richtig zeigen. Also Gomm ist an der Box jetzt natürlich, Sparky auch an der Box. Also jetzt werden alle stoppen, die es noch nicht getan haben mindestens. Also Budde an der Box, Bobatnik an der Box. Und der Safety Car. Heute Randro Safa im Safety Car. Ist auf der Strecke. Hier sehen wir Budde, der sich auch frisch einen Rubber geholt hat. Und dann sortieren wir gleich mal. Aber erstmal warten wir hier noch ab. Fahren gleich auf die Unfallstelle zu. Und schauen mal, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt. Also, liebe Zuschauer, ich habe schon viel erlebt. Aber ich würde sagen, das gehört zu den schlimmsten Unfällen, die ich je gesehen habe. Wir schauen es uns an. Jetzt kommt die Replay. Heller. Verliert auf dem Curb. Geht zu weit auf den Curb, verliert er das Auto. Rollst zurück auf die Strecke. Da kommen die beiden. Da ist keine gelbe Flagge, muss ich mal sagen. Oben rechts. Ach, du Scheibenkleister. Ach, du Scheibenkleister. Das ist mit einer der unglücklichsten Situationen, die ich je gesehen habe, glaube ich. Hier sehen wir Heller. Dreht sich. Kommt zurück auf die Strecke. Gibt dann vorsichtig Gas wahrscheinlich. Und Beckmann fast ungebremster rein. Holla. Hier sehen wir das Onboard Heller. Ja, der ist einfach zu weit auf den Curb gefahren. Das Auto ist zu tief dafür. Dann sehen wir es hier. Kommt halt nicht so schnell los. Was willst du tun? Och, alter Falter. Aber ihm geht es wohl gut, höre ich auf dem Ohr. Also da hat die Survival Cell auf jeden Fall ihren Job getan. Hier Thiele. Aber dann frage ich mich, Thiele, der muss das doch gesehen haben, dass der nicht mal früher rüber ist. Das würde ich gerne Thiele nochmal Onboard sehen von vorne. Wie dem auch sei, kann man dann Schuldigen ausmachen? Schwierig? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tatsächlich nicht. Sparky wird untersucht wegen einem Überholmanöver mit DRS, obwohl es nass ist. Also dass das dann überhaupt funktioniert, das finde ich faszinierend. Aber gut. Schauen wir mal. Und der Vorfall, den wir gerade gesehen haben, der zum Safety Car geführt hat, der wird sich sicherlich, der wird auch angeschaut werden. Aber so wie wir das gesehen haben bisher, glaube ich, kann man da tatsächlich kein Entschuldigen ausmachen. Onboard bei Terrorheizer. Und die Marshalls waren wieder flott. Das Septica kommt diese Runde rein. Angeblich ist weiter auf dem Full Wet. Ich weiß nicht so recht, ob die Anzeige aber stimmt. Da haben wir dieses Jahr schon oft mal Probleme gehabt. Da haben wir auch Probleme. Das gibt's. Nein! Weiter verliert das Auto. In die Wand. Als Führender. Das gibt es doch nicht. Und da hinten geht's drunter und drüber. Leute fahren auf den Rasen. Weiter hat jetzt einen riesen Vorsprung. Gibt da nämlich jetzt Gas. Fährt er in die Box. Näher fährt weiter, wie es scheint. Klaffenböck hat es schon mit einer Sekunde Abstand. Und da hinten gab's wieder Trubel, weil die Leute scheinbar die Regel nicht kennen, dass man nicht neben ein anderes Auto fahren darf seit diesem Jahr. Seit letztem Jahr schon. Gut, bis dahin aber ansonsten ruhig. Also weiter führt vor Klaffenböck. Dann Heiler, dann Läuferon, Paul und Gerlach. Keine Positionsverschiebungen, die wir da gesehen haben bis hierhin. Und hier sehen wir Gerson gegen Haug. Gerson, der ein bisschen Schwierigkeiten hat. Haug nutzt das eiskalt aus innen rein und geht da vorbei, beziehungsweise doch nicht side by side. Gerson hat die Innenbahn für die nächste Kurve und ist damit weiter in vorne. Haug aber mit dem Switchback super gemacht. Wartet ab und geht vorbei mit der besseren Beschleunigung. Super Überholmanöver. Haug also vor Gerson auf der 7. Und hier sehen wir Sparky gegen Gommes. Sparky außenrum Richtung Kurve 14, 12, Entschuldigung. Außenrum weiterhin und macht er das Manöver. Er bringt es durch. Sparky vorbei an Gommes. Sparky natürlich unter Normalbedingungen deutlich schneller als Gommes. Also da muss er jetzt nicht unbedingt kämpfen. Ich glaube, das weiß er auch. Und hier sehen wir Heiler gegen Paul. Florian Paul versucht's gegen Heiler. Entschuldigung, Bolvron natürlich. Es ist Paul Fett-McGlaren. Bolvron versucht's gegen Heiler um die 3. Um P3 bleibt aber dahinter. Heiler hart verteidigt, aber geht gut. Und Klaffenberg, 8 Zehntel an Walter dran. Die Frage ist jetzt, hat sich Walter sein Auto kaputt gemacht? Wenn er nochmal stoppt, wird er da was wechseln müssen? Alles so Fragen, die die Rennentscheidung sein können. Im Moment führt aber weiter noch das Rennen vor Klaffenberg, vor Heiler und vor Bolvron. Und alle wollen diese Position 3. Also die ersten beiden, die sind gut weg, aber an Heiler, da ist im Grunde jeder dran. Jeder dran. Und da geht vielleicht, geht er vielleicht vorbei. Klaffenberg gegen weiter. Es geht um die Führung. Wo kam der denn her? Außenrum, Kurve 12. Der schiebt den weit raus. Hart aber fair. Jetzt hat er immer weiter die Innenbahn für Kurve 14. Und bleibt davor, aber der Switchback von Klaffenberg auf Startziel. Wer hat die bessere Beschleunigung? Auf Startziel, Side by Side. Richtung Kurve 1 ist Klaffenberg da hin. Kann da die Position 1 für sich behaupten? Macht das, sticht den rein. Kommt nochmal der Switchback von weiter. In der DTR schafft er das nicht, verliert fast noch das Auto. Und damit ist Klaffenberg wieder auf der 1. Klaffenberg führt. Super Manöver. Damit habe ich nicht gerechnet aus der Entfernung. Also da müssen wir nochmal eine Replay sehen. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und deshalb. Ja, auch verdient. Stark gemacht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass weiter das Auto beschädigt hat. Und jetzt einfach die Pace nicht mehr mitgehen kann. Wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten. Damit aber Klaffenberg wieder auf der 1. Und wir schauen, wie sich Sparky versucht, weiter nach vorne zu arbeiten. Ist immerhin wieder auf der 10. Und bald dran an Terrorheizern. Was ich eigentlich sagen wollte, der Kampf um P3, der geht. Ja, der ist bis P10 oder so gegangen. Mittlerweile hat es sich ein bisschen aufgelöst. Aber Wolfron ist immer noch dran. Und auch Paul ist noch mehr oder weniger in stark Distanz. Auch wie er da, der ein super Rennen fährt. Also Gründerado da vorne ein super Rennen. Und wir sehen, wie weiter ganz nah dran ist an Klaffenberg. Der will es nochmal wissen. Und ich würde gerne wissen, ob der tatsächlich den Wett drauf hat. Und Sparky bekommt 20 Sekunden dafür, dass er scheinbar im Nassen das DRS benutzt hat. Und das damit sogar überholt hat. Also das ist schon, du meine Güte, eine harte Strafe. Gerechtfertigt in einer gewissen Art und Weise natürlich. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht im Regen. Das ist krass. Aber ja, stark. Das hat er geschafft. Also 20 Sekunden. Das heißt, Sparky können wir da aus der Rechnung im Grunde rausnehmen. Während Terrorheizern Fehler macht. 80 verbremst, geradeaus geht, nicht einschlägt aber. Und Sparky damit momentan auf dem 9. ist. Aber wie gesagt, die Strafe müssen wir im Kopf behalten. Anboard bei Bergmann. Und wir haben etwas mehr als die Rennhälfte. Weiter verliert jetzt auf jeden Fall deutlich zu Klappenbrück. Also ich würde darauf tippen, dass er Unfiedernschaden am Auto hat. Oder es tatsächlich so ist, dass er die Kölbe braucht hat. Und der Interminiert. Ja, ich glaube, da muss man den ganzen Posten unterhalten oder unterhalten. Obwohl der schon da reiten ist. Wobei jetzt hier im ersten Sektor weiter 3 Zehntel gut macht. Also da pusht er mal. Aber dann sind es eben diese kleinen Quersteher, die wahrscheinlich dann ausschlaggebildet sind. Das wird auf jeden Fall noch ganz schön spannend, ob der weiter da noch mal rankommt. Und Klappenbrück wird untersucht für eine Kollision unter dem Safety Car. Jetzt muss ich mal gestehen. Als dieser Unfall passiert ist, als weiter da das Auto verloren hat. Das passiert sehr schnell. Also man passt da ja nicht immer hundertprozentig auf. Hat der Klappenbrück den weiter berührt? Weil, wenn das so ist, dann wäre das dramatisch. Dann wäre das wirklich dramatisch. Dann müssen wir mal abwarten, ob es da noch mal ein Replay gibt gleich. Ich hoffe, wir kriegen das noch mal eingespielt von der Regie. Bis dahin schauen wir uns aber mal an, wie Tim Haug da kämpft. Ah, doch nicht. Wir schauen uns die Replay an. Also erstmal Thiele. Ist das... Oh, Thiele hat das Auto verloren. Fast. Ja, immerhin noch einigermaßen abgefangen. Nicht eingeschlagen. Zeit und eine Position verloren. Aber sonst wird es weiter dramatisch. Hier scheint man noch mal so aggressiv über den Curb. Das kann man nicht machen im Regen. Das funktioniert nicht. Bitter. Noch mehr Zeit verloren. Hier sehen wir Gerlach. Wie der das Auto verloren hat. Das müsste von der Anfangsphase sein. Aus der Anfangsphase des Rennens. Dass er die zwei Positionen verloren hat. Und hier sind wir wieder zurück. Bei seinem Teamkollegen. Nämlich bei Ayla. Der gegen Bolbon kämpft. Und Platz 3. Wir für beide einen super Erfolg, wenn die da auf dem Podium stehen am Ende des Rennens. Aber es ist noch ein weiter Weg. Wir haben gerade mal etwas mehr als die Hälfte. Insofern abwarten. Und Tee trinken, wie man so gern sagt. Und Tee trinken, wie man so gern sagt. Und da sehen wir Bergmann, nein, Sparky, Sparky gegen Bergmann, Bergmann für Kurve 14, für die letzte Kurve innen und kann dadurch vorne bleiben, Sparky versucht jetzt aber natürlich alles so weit wie möglich nach vorne zu fahren, die 20 Sekunden rauszufahren, Startziel mit dem Windschatten, es sticht Sparky da jetzt gleich rein in Kurve 1, das bestimmt, versucht er bestimmt, nein, macht er nicht, Bergmann bleibt vorne, aber Sparky im Ferrari nach wie vor in Steigdistanz, während wir hier auch, warum auch immer, auf Florian Paul umschalten, der im Grunde im Moment ohne Bedrängnis ist, der aber an Gerlach vorbei ist, und da sehen wir, außenrum Sparky, aber das funktioniert nicht, da war er zu schnell, wäre krass gewesen, aber da kriegt er das Auto nicht zum Stehen und Bergmann bleibt, Entschuldigung, Bergmann bleibt da vorne. Ähm, Klaffen, No Furcher Action für Klaffenberg, also No Furcher, äh, da ist wohl nichts passiert, No Furcher Action, unter dem Safety Car, also die Spekulation, die wir da kurz hatten, dass es da eine Besuchung gab, scheinbar nicht wahrheitsgemäß, ich würde es trotzdem gerne nochmal in der Rückblende sehen, also ich bitte da der Regie, das nochmal einzublenden. Ich hoffe, das kommt noch. Und hier sehen wir ihn, den Janiklas, der sich da jetzt irgendwie so ein bisschen geschlagen geben muss, so scheint es, also drei Sekunden knapp jetzt, Zurückstand auf Klaffenberg. Gomez, neben der Strecke, sucht er die Wattwürmer in der Türkei, und verliert der die Position gegen seinen Teamkollegen. Und da will auch der Budde noch mitziehen, innen durch Sandwich, zu dritt nebeneinander, Budde profitiert davon, aber schießt so weit, Gomez wieder vorne, Thiele dahinter, der muss jetzt kämpfen gegen Budde. Während Florian Paul in der Box ist im Übrigen, Thiele bleibt aber davor, also Reihenfolge erstmal unverändert. Während die zeitlichen Abstände natürlich jetzt etwas verändert wurden. Hei, 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 okay. Florian Paul, wie gesagt, der war an der Box. Und auf der 14 wieder raus, knapp vor Popatnik. Und Sparky hat sich auch am zweiten Williams vorbeigeschlichen, ist jetzt schon auf der 7. Mit 20 Sekunden wäre er aktuell aber immer noch auf der 15. Also hätte noch keine Punkte, aber hat ja noch ein bisschen Zeit, die Zeit rauszufahren. Thiele kämpft gegen Budde. Budde kämpft gegen Thiele. Außenrum diese lange Kurve, ach, die wir schon angesprochen haben, die tricky ist, aber beide schaffen es dadurch, lassen sich Platz. Außenrum, jetzt hat für die nächste Kurve Thiele die Innenbahn und wird wahrscheinlich später bremsen und hat damit die Position inne, bleibt vor dem Kollegen Budde. Und Sparky auch ein Haupt vorbei im Tower. Schade, dass wir das nicht sehen, das ist dann doch relevanter eigentlich. Budde aber jetzt wieder mit Windschatten und viel, viel Überschuss, er ist wahrscheinlich, aber der Thiele, der hat, was hat der denn für einen Heckflügel? Der hat ja unfassbar viel Down, unfassbar viel, wenig Downforce. Also, wer ist zu, 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 zu. Meine lieben Damen und Herren, heute ist wieder, ist wieder gut. Der hat einen super Topspeed, aber macht jetzt hier einen Fehler am Ausgang der letzten Kurve und Budde kann profitieren, geht vorbei und holt sich vorläufig. Platz 11 kann da Thiele nochmal außenrum was versuchen, vielleicht mit dem Switchback nicht so richtig. Budde bleibt erstmal davor, Terrorheizer in der Box, holt sich frische Gummis. Und kommt auf der 515 wieder raus. Und wir sehen Sparky, der Druck macht auf Gerlach. Also Sparky mit der Pace aktuell fährt er noch vor auf die 3. Behalten wird er das dann nicht, einfach wegen der Strafe schätze ich, aber so wie der aktuell nach vorne prescht, das ist schon sehr beeindruckend. Wenn er keinen Fehler mehr macht, dann holt er noch Punkte, glaube ich. Und muss sich jetzt erstmal gegen Gerlach versuchen, während sich hier aber Heiler gegen Bolvron versucht oder vielmehr Bolvron gegen Heiler. Jetzt mit dem Switchback, Oli, komm. Na, schafft er nicht. Bleibt erstmal hinter, aber da ist auf jeden Fall ordentlich Feuer im Ofen. Also viele Fahrer haben hier Bock, die wollen hier dicke, dicke Punkte mitnehmen. Er hat mal kurz angetäuscht. In den Bolvron! Hoah, verliert er das Auto, rutscht fast in Heiler rein. Hei, jei, jei. Aber es geht nochmal gut. Heiler bleibt vorerst auf der 3, aber der Bolvron, der ist im Moment furchtbar schnell. Also der macht Druck und kann vielleicht den Heiler in den Fehler zwängen. Bringen, nicht zwängen. Und das wäre so, so, so wichtig und so ein Motivationsschub für den jungen Bolvron. Der der Jugend von Tim Ablo groß geworden ist im Grunde. Also seinen Meister im Grunde jetzt stolz machen möchte. Und jetzt das vielleicht kann, weil er einen viel besseren Exit hat. Außenrum Richtung Kurve 8. Außenrum schafft er das Manöver, das wäre super. Aber der Heiler da mit der Innenbahn einfach die bessere Traktion und bleibt erstmal da vorne. Aber das zeigt, wie viel Bock der Bolvron auf dieses Podium hat. Und jetzt wieder innen reinlassen. Ne, macht er nicht. Er lässt Heiler davor und ich sage euch warum. Weil der das jetzt machen will. Weil sonst hätte hier der Heiler kontern können und so kann Bolvron jetzt überholen. Aber, schau mal, was ein taktischer Fuchs. Geht nochmal vom Gas, wartet ab, bis sie nach der Kurve sind. Und jetzt geht da voll drauf und macht das mit Überschuss, mit ERS. Und holt sich Platz 3. Super Manöver und damit Bolvron auf der 3. Und Bolvron hat ihn überholt und geht in die Box. Das verstehe ich nicht ganz, wenn er doch aktuell schneller ist, warum er dann direkt reingeht. Aber sei es drum. Bolvron also in der Box. Früh. Relativ früh. Dem fällt es schon einer da vorne und das ist Klaffenböck. Das würde ich gerne nochmal sehen. Dafür gab es keine Strafe. Hier sehen wir erstmal nochmal Terrorhalte. Wir thematisieren die Thematik gleich nochmal. Mit Walter und Klaffenböck. Okay, Terrorhalter, ja, einfach verbremst. Geht deshalb geradeaus. Hier sehen wir... ...Gerlach gegen Haug. Da geht es um Platz 5. Bolvron im Übrigen auf der 10 rausgekommen. Aber jetzt halt im Verkehr und das ist halt nicht so angenehm, gerade im Regen. Also, ob das der richtige Strategie-Call war, das wage ich zu bezweifeln. Aber wir warten ab. Noch etwas mehr als 10 Runden sind es zu fahren. Und nochmal die Thematik weiter Klaffenböck. Ich würde es gerne nochmal aus Weitersicht sehen. Ich würde es auch gerne nochmal vielleicht aus Klaffenböcksicht sehen. Das ging jetzt auch wieder sehr schnell, aber also so auf den ersten Blick hat der Klaffenböck den weiterhin einfach abgeschossen. Und dass es da no Furcher-Action gibt, das ist schon fragwürdig. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was ich jetzt aber nicht genau gesehen habe, ist, dass das Weiter einmal kurz angezogen hat und dann nochmal entschleunigt hat. Dann ginge es auf Weiters Kappe, auf jeden Fall. Wahrscheinlich war das dann der Fall. Das haben die Stewards, die haben ja die Telemetrie, aber das ist mir schon ein Rätsel, wenn das andersrum war. Wie dem auch sei, andersrum ist jetzt die Position zwischen dem Kollegen Gomez und dem Kollegen Wolfron. Wolfron überholt nämlich spielend den Kollegen Gomez, der mit frischen Reifen jetzt wohl doch den Vorteil hat. Und Gerlach geht jetzt auch in die Box. Also vielleicht war Wolfron hier gar nicht so verkehrt. Auch Bergmann geht in die Box und macht jetzt quasi den Undercut. Beziehungsweise den, ja ist Undercut das richtige Wort, aber früher frische Reifen haben, um sich davon heiler abzusetzen, wenn der an die Box kommt. Wir haben Gelb in Sektor 3. Ich habe ihn nicht gesehen. Und Bergmann kommt auf der 13 wieder auf die Strecke. Für den läuft das Rennen bisher auch gar nicht so richtig, muss man sagen. Also viele, bei denen es aktuell irgendwie noch nicht so rund läuft, die man aber eigentlich weiter vorne sieht, generell, in dem Rennen bisher. Wir sehen nochmal Thiele. Oh, der völlig überrascht war von seinem Teamkollegen. Der ist da nämlich bestehen geblieben. Was war das denn? Also was machen die denn da? Gibt es da den ersten Team internen Zoff? Und so ist nämlich das entstanden, dass der Tim Haug da durch ist. Sondern zwar doch nicht halten konnte, aber... Da, das finde ich fraglich, warum der Gomez da so langsam war. Das müssen wir nochmal aus seiner Sicht sehen von Anfang an. Entschuldigung, Budde war es natürlich nicht Haug. Ich bin jetzt Budde, innen mal angetäuscht, aber nicht reingegangen. Wartet über 1, 2, Manöver ab. Hier sehen wir es nochmal. Die da, die machen da, ich weiß auch nicht, bewöhnen sich mal, sagen sich Hallo, bewöhnen sich einen Hi-Fi. Und Budde durch die Mitte, eigentlich super, super gemacht, aber leider ein Ticken zu spät gebremst und ein Ticken zu hart vor allem. Innenrad bleibt stehen, rutscht zu weit raus und lehnt sich dann nochmal ordentlich an Thiele an. Aber scheinbar nichts passiert. Ja, das müsste ich nochmal ein bisschen früher sehen, warum der Gomez da so langsam war ursprünglich. Vielleicht hat er auch nicht einen Fehler gemacht. Für Gomez ist aber nicht dramatisch. Der fährt ein bisschen durch die Welt mit seiner Bombe, der schmeißt ihn nun wieder mal ein und es explodiert um ihn rum, aber er bleibt wo er ist. Nämlich auf der Position 11 war es, glaube ich. Und hier sehen wir Thiele mit dem Kollegen von Gomez, der vor Gerlach ist. Gerlach ist gerade an der Box gewesen, der muss da jetzt schleunigst vorbei, damit er nicht zu viel Zeit verliert. Wolfron ist wieder auf der 6 mittlerweile. Werkt man jetzt auch in der Box. Und Thiele hat da kein Interesse daran, Gerlach vorbei zu winken, obwohl der auf einer anderen Strategie ist. Und es ist mittlerweile auf jeden Fall deutlich aufgeklart, muss man mal sagen, vom Wetter. Also es ist deutlich trockener. Wahrscheinlich reicht es noch nicht für Slicks, aber bei noch ein bisschen mehr als 8 Runden, wer weiß, ob da am Ende noch mal einer was versucht und es vielleicht sogar funktioniert. Also das könnte noch ganz schön spannend werden. Hier ist noch nichts entschieden. Gerlach jetzt aber gegen Thiele. In und rein Richtung Kurve 12. Einer der beliebtesten Überholspots hier. Macht er das? Das macht er. Das macht er gut, aber der Switchback von Thiele. Das reicht aber für Gerlach, wie es scheint. Reicht es? Reicht es? Thiele gibt sich nicht geschlagen und Gerlach macht die Tür nochmal auf für Thiele. Und Thiele geht da auch nochmal rein. Aber jetzt ist er davor. Also Gerlach vorbei an Thiele. War im Grunde auch nur eine Frage der Zeit. Sonst Haug ist auch in der Box jetzt. Der kommt da jetzt raus und das wird eng. Das wird eng zwischen Gerlach und Haug. Und Haug ist davor. Haug ist davor. Kann Gerlach jetzt mit dem Überschuss vielleicht dann nochmal attackieren? Nochmal außenrum? Nochmal innenrum? Irgendwie da reingehen? Irgendwie da den Haug überholen? Aber das macht er nicht und das schafft er nicht. Haug auf der Acht. Gerlach auf der Neun. Bereinigt rutschen die noch ein bisschen nach vorne. Aber Haug hat eben den Overcut gezogen. Und bitte nicht ragen, falls es nicht stimmt. Ich bin aber der Meinung, Gerlach war vor dem Stopp vor Haug. Und wir sehen hier Sparky, der ein Heiler dran ist. Der hier eine super Aufholjagd gestartet hat. Der sich jetzt da den provisorischen P3 holt. Vorbei geht's. Aber da müssen wir natürlich daran denken, der hat noch 20 Sekunden Zeit Strafe. Die oben drauf kommen. Und eventuell muss auch der Sparky nochmal zum Stopp. Durchfahren könnte er laut Reglement. Müssen wir mal abwarten, wie gut die Reifen sind und ob er das wirklich macht. Hier sehen wir weiter. Der auf der 2 mittlerweile. Und das muss man schon sagen. Das ist schon eine Klatsche. 17 Sekunden hinter Klaffenberg. Das tut schon weh. Das ist schon eine ordentliche Menge. Und Gerlach hat sich an Haug vorbeigeschlichen im Tower. Sehen wir das? Nein, das gibt's nicht. Doch nicht. Gerlach, raus. Gerlach ohne Frontflügel im Kies. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. So ein super Renn gefahren und so kurz vor Schluss macht er dann einen Fehler oder wird abgeschossen. Das gibt's doch nicht. Rettet sich jetzt in die Box. Aber das war's mit Punkten für Gerlach. Das gibt's nicht. Auch Thiel an der Box. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Und da wird der Frontflügel gewechselt bei Gerlach. Nimmt die Kilometer noch mit, aber das war's mit Punkten. Und das ist so bitter. Von fünf gestartet. Die ganze Zeit ums Podium im Grunde mitgekämpft. Und dann so kurz vor Schluss den Frontflügel verloren. Ach, ist das ärgerlich. Da blutet mein Herz. Ein Kuss auf dein Herz, Julian. Tut mir sehr leid für dich. Bin ja auch Teamkollege gewesen in der Formel E mit ihm. In der Formel 1 in unserer ersten Saison. Und auch schon in der Formel 2. Also wir haben eine Historie. Wir kennen uns gut. Und das ist gerade für einen Julian ist das so, 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 so ärgerlich. Also das tut ihm richtig, richtig weh. Und ich hoffe nur, dass, dass, dass er andere Rennen hat, wo es vielleicht sogar noch besser läuft als heute. Und wo er es dann ins Ziel bringt. Bergmann bringt es vielleicht aber ins Ziel gegen Terrorheizer. Terrorheizer geht vorbei auf die 10 und wäre damit der letzte, der Punkte holt, nämlich einen an der Zahl. Und weiter fällt noch weiter zurück. Mittlerweile 20 Sekunden. Geht Klaffenberg nochmal rein? Ich meine, mittlerweile könnte er sich fast erlauben und die schnellste Runde nochmal versuchen. Also, das ist alles möglich. Also, mal schauen. Mal schauen. Wobei Klaffenberg die schnellste Runde momentan ohnehin inne hat mit einer 30-7. Letzte Runde. Insofern. Kein Druck. In Klaffenberg stelle aber 22 Sekunden Vorsprung. Jetzt kann er es eigentlich mehr nicht. Jetzt kann er es nach Hause bringen. Und ich glaube, Klaffenberg, wenn da nichts Bildes mehr passiert, hat er das in der Tasche und hat das super gemacht. Also, bis auf diese einen Situation, wo wir noch nicht so richtig wissen, wo er da Klaffenberg vielleicht auch mit beteiligt, hat er weiter abgeschossen. Weil, wenn das so ist, ja, dann hat das einen Beigeschmack. Aber ansonsten mal wieder, zum dritten Mal in Folge bis hierhin, im Grunde, das ist reine Leistung. Beide Williams hintereinander auf 9 und auf 10, die endlich mal beide Punkte holen würden, oder was heißt endlich, aber die zusammen Punkte holen würden in diesem Rennen. Da werden die sich auch freuen, auch wenn, vor allem bei Bergmann, der Anspruch eigentlich einer ist, weiter vorne zu fahren. Aber in diesem Rennen hat es eben nicht funktioniert. Der Lachs hat nicht gelübt. Und insofern, mit einem Punkt ist man da ganz gut dabei, beziehungsweise, momentan mit einem Punkt Sparky kriegt 22 Sekunden. Das würde aber nicht reichen, um die Linie uns da vorbeizuhufen. Vorbeizuhufen, vorbeizuhufen, bringen, ist vielleicht richtiger. Sparky würde aktuell nur, in Anführungszeichen, muss man aber schon sagen, nur zurückfallen auf die 6. Trotz noch 20 Sekunden Strafe, mein lieber Shorty, das ist ordentlich. Hier sehen wir Klaffenberg, der Führende. Und hier sehen wir Walter, der jetzt am Überrunden ist von Bergmann. Während Klaffenberg schon Gerlach und Popatnik überrundet hat. In diesem Moment bei Sparky, wir haben es gerade angesprochen, der jetzt, tja, also bis auf die Fehler in der Anfangsphase, gerade seit dieser Aufholjagd, seit dem Zeltiker, ein super Rennpferd. Also, super gemacht. Und damit im Moment bereinigt. Auf der 6 ist, der kämpft sich, der wird gerade müssen gebettelt zwischen Gomez und Sparky eben in der virtuellen Position. Aber auch Gomez, super Rennen, also ich weiß gar nicht, unverschuldet am Anfang von Sparky eben abgeschossen. Und der kämpft sich hier zurück und ist ja momentan auf der 6, also das ist wirklich der Wahnsinn. Und Bolvron übrigens wieder auf der 5. Wir können ja nochmal sortieren in der Zeit, kurz vor Schluss. Klaffenberg, der führt natürlich an. Dann weiter an Sparky, Sparky fällt zurück noch. Durch die Strafe, dann Heiler aktuell auf der 3. Bolvron 4 und dann eben Gomez, der kämpft im Moment mit Sparky um die Position. Ja, und dann haben wir Paul, Haug und die beiden Williams, Gerson und Bergmann. Punktlos, aber noch nicht überrundet als einziger Terrorheizer. Bitter. Bisschen Pech gehabt, hier und da mal einen Fehler gehabt. Und dahinter eben Thiele, Popatnik, Gerlach, Bergmann und Budde. Und Haug und Bergmann, Entschuldigung, Haug und Gerson, die geben sich nochmal. Gerson vorbei an Haug. Und damit wäre es für Williams, wären es für Williams zwei Punkte mehr. Im Übrigen hat sich der Klaffenberg nochmal die schnellste Runde geholt. Also ein 28-9. Also ich glaube nicht, dass das jemand unterbietet. Insofern ist er kein Druck, der muss da gar nicht mehr stoppen. Auch wenn das könnte nochmal. Aber das Risiko muss man nicht eingehen. Und Haug wird nochmal versuchen, wahrscheinlich gegen Gerson davor zu gehen. Der will da natürlich den P8 haben, das ist klar. So kurz vor Schluss, da verliert man ungern nochmal eine Position. Andererseits ganz kurz vor Schluss nochmal eine Position zu holen. Das ist schon sehr, sehr beflügelnd, das Gefühl. Gut, drei Runden sind es noch. Beziehungsweise ein bisschen mehr als zwei Runden sind es noch. Für die sind es aber noch drei Runden. Das gibt es nicht, Gerson. Drei Runden vor Schluss schmeißt er das Auto in die Wand und ist raus. Der Reifen ist ab. Das gibt es doch nicht. Das kann nicht sein. Baki geht nochmal in die Box. Damit verliert er auch seine Position, denn durch die Strafe, Vera, fährt er jetzt noch weiter zurück. Und der Safetyer kommt nochmal ganz kurz vor Schluss. Es könnte sogar sein, dass wir unter dem Safetyer hier ins Ziel kriechen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht, Gerson. Spiel doch nicht mit unseren Herzen. Im Grunde von Hero to Zero. Das gibt es nicht und ist so kurz vor Schluss. Nein, nein, nein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Bergmann geht an die Box, holt sich nochmal frische Reifen. Terrorheizer geht an die Box. Ich glaube, ich würde jetzt versuchen, die Track Position mitzunehmen, weil ich glaube nicht, dass das hier nochmal aufgenommen wird, das Rennen. Wir sehen es. Ist das bitter, ist das bitter. Ein bisschen zu weit rausgefahren. Ein bisschen zu aggressiv. Und das ist die Schwierigkeit. Das ist diese Schwierigkeit, wenn es trocken wird. Dann denkt man, jetzt habe ich aber Grippe. Jetzt will ich es aber versuchen und nochmal alles rausholen hier. Und dann war es ein Ticken zu viel. Übersteuern über dem Körb. Wahrscheinlich vielleicht auch der Unterboden aufgesetzt. Und dann das Auto verloren. In der Wand und ausgeschieden. Es ist so bitter. Es ist so verdammt bitter. Und damit Thiel auf einmal auf der 10. Der hat jetzt den Terrorheizer nämlich überholt. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich würde jetzt die Track Position mitnehmen. Nein, weiter geht an die Box. Du kannst doch nicht zwei Runden vor Schluss noch an die Box gehen. Weil ich glaube nicht, dass das Rennen nochmal aufgenommen wird. Und das wäre dann die zweite riesige Fehlentscheidung. Der zweite Bockmist in Folge von weiter. Das kann nicht sein, wenn das Rennen hier nicht weiter aufgenommen wird. Schwamm drüber. Selbst wenn es aufgenommen wird. Du schmeißt gerade ein P2 weg. Du wirst doch jetzt niemals mehr auf die 2 fahren auf den Bedingungen. Hol sie frische Reifen. Toll. Super. Aber ist jetzt auf der 5. Oder auf der 4 wäre... Ne, das müsste die 5 sein. Also, Simp of the Season. Strategisch. Na, scheinbar, das kommen sie ihm vorbei. Also war er vielleicht doch dahinter. Aber Simp of the Season strategisch bis hierhin. Und ich habe schon viel Quatsch gesehen. Aber bis hierhin... Ja, Niklas weiter. Also, es tut mir leid. Zwei Runden vor Schluss. Unter einem Full Safety Car. Wenn das Rennen wahrscheinlich nicht mal wieder aufgenommen wird. Den P2 wegzuschmeißen. Selbst wenn meine Reifen noch so schlecht sind. Also wirklich... Das... Das... Das sucht Konkurrenz. Das... Also, ich weiß nicht. Die haben sich vielleicht die Strategieabteilung eingekauft von Ferrari. Ich kann es hier nicht sagen. Also, das war wirklich ein selten dämlicher Strategie-Call. Da lege ich mich fest. Gestern geht es gut. Zum Glück, der ist aus dem Auto draußen. Klaffenberg. Führt nach wie vor natürlich. Der hat keinen Subox-Biss gebaut. Und wir gehen es nochmal durch. Weil ich glaube fast, dass das Rennen nicht mehr aufgenommen wird. Sonst müsste es nämlich jetzt hier gleich aufgenommen werden wieder. Ich muss nur gerade mal... Ich muss gerade mal hier... Etwas zurückrudern. Haben wir ein Full Safety Car? Hatten wir einen VSC nur? Aber da stand das Auto noch. Ich sehe nämlich keinen Safety Car. Bevor wir sortieren, wir müssen ganz kurz hier mal schauen, ob es diesen Safety Car gibt gerade. Doch, ich höre das Safety Car. Doch, doch, doch. Gut, ich war gerade etwas irritiert, weil die doch sehr, sehr schnell unterwegs waren da. Aber das Safety Car ist draußen und wir sind in der letzten Runde. Also, ich weiß nicht. Janik, das weiter. Bitte erklär mir das mal. Was das für ein Quatsch war. Was das für ein... Also, das habe ich noch nicht erlebt. Ich werde so ein bisschen wütend auch. Weil das kann doch nicht sein. Ich kann doch ein Podium nicht so wegwerfen. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Nun gut. Nun gut. Klaffenberg, also, führt das Rennen. Wird das hier gleich gewinnen. Wenn hier kein Schmalen mehr passiert. Heiler auf der 2. Super Rennen gefahren. Super verdient. Glückwunsch. Bolvon auf der 3. Und dann weiter. Also, weiß ich auch nicht. Gomez noch vor auf die 5. Auch stark. Sparky auf der 6. Verliert das aber leider alles durch das spätes Safety Car. Wenn er Glück hat, wenn die Abstände so bleiben. Aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. Holt er noch ein Pünktchen. Aber wahrscheinlich wird der punktlos ausgehen. Dafür rückt dann Paul vor. Super Rennen gefahren. Haug rückt vor. Gutes Rennen gefahren. Bergmann ein bisschen Pech gehabt. Aber auf der 9. Oder dann auf der 8. Thiele dann auf der 9 wahrscheinlich. Terrorheizer dann auf der 10 wahrscheinlich. Oder noch Paul Buttnick. Bergmann. Gerlach. Und Budde. Nur auf der 15. Und noch sogar rundet. Du meine Güte. Du meine Güte. Okay, nochmal atmen. Und wir schauen hierzu, wie die Fahrer hier so langsam ins Ziel fahren gleich. Oh, das Safety Car kommt nochmal rein. Das Safety Car kommt nochmal rein. Ja gut. Aber dann fahren die Fahrer nur noch über das Ziel. Über die Ziellinie. Überholen Vorgänge sind natürlich nicht mehr möglich. Das ist klar. Das heißt, wir feiern jetzt gleich den Sieg von Julian Klaffenberg in der Türkei. Der dritte Sieg in Folge. Klaffenberg gewinnt den großen Preis der Türkei. Okay, vor André Heiler. Vor Oliver Bolvon. Vor Janiklas weiter. Dann kommen wir Sparky, Paul Haug, Bergmann, Thiele. Terrorheizer Popatnik, Bergmann. Gerlach und Budde. Als letzter wird der abgewunken. Und dann müssen wir gleich im Ergebnis nochmal sortieren, wer denn jetzt wirklich wo steht. Vor allem mit der Strafe von Sparky. Und ja, da hat sich nochmal ein Ferrari in die Wand. Da war das Sparky. Ja, der hat sich nochmal in die Wand geschmissen. Könnte jetzt relevant werden für das Park für mich. Ob da dem ganzen Sprit entnommen werden kann. Puh, langes Rennen. Wildes Rennen. Wir schauen das Ergebnis an. Klaffenberg gewinnt vor Heiler vor Weiter. Weiter rutscht also noch auf die 3 vor. Immerhin, aber also den P2 so wegzuwerfen. Das ist wirklich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Gommes auf der 4 vor Haug vor Bergmann. Dann Terrorheizer rutscht auf die 7 vor. Vor Bartnik auf die 8. Bolvon auf die 9 und Florian Paul auf die 10. Und dann Thiele hat noch 5 Sekunden bekommen für Corner Cutting, wenn ich es richtig sehe. Sparky, wie gesagt, die 20 Sekunden. Und auch Beckmann hat 10 Sekunden erhalten. Dann Julian Geller auf der 14. Und Lukas Bodde, der letzte, der ins Ziel gekommen ist. Ausgeschieden. Dann Gerson. Heiler und Bene. Und für den WM-Stand heißt das, Klaffenberg 76 Punkte, 3 von 3 Siege. Führt meilenweit vor Florian Paul. Dann Heiler und Bergmann und Weiter, die beide nach vorne oder die alle 3 nach vorne springen. Weiter jetzt irgendwie immerhin mal ein bisschen in Reichdistanz zum P1. Und dann Ricolo, der nicht mitgefahren ist. Das ist Bolvon und den Hansen. Und dann Gommes und Gerlach. Die Position tauschen in der WM, aber punktgleich Sinn. Auch Terrorhalter mit 14 Punkten. Ja, auf der 11. Und dann Haug, Thiele. Bei den Konstrukteuren führt Aston Martin auch Meidenweit fast doppelt so viele, überdoppelt so viele Punkte. Wie McLaren auf der 2. Toyota auf der 3. Die springen an Porsche vorbei mit einem Punkt. Und Williams und Red Bull springen an Hugo Rose Alfa Tauri vorbei. Mercedes springt an Ferrari vorbei. Und nur das einzige punktlose Team bisher ist Audi. Und das nächste Mal geht's nach Saudi-Arabien. Ich freu mich drauf. Es wird ein Nachtspektakel. Das wird bestimmt ähnlich faszinierend für heute. Vielleicht mal mit besseren Strategie-Calls von Philippe. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Haut rein und ciao.